Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Noros. Ich bin Klüm und bevor ihr denkt, ich schreibe Spark nicht zurück, ich habe zuerst neuen geschrieben. So, das ist erstmal das allererste. Ich habe echt gutes Feedback von euch bezüglich der Bilder bekommen. Vielen Dank dafür und die Folge ist noch nicht so lange draußen, die ich gestern aufgenommen habe. Deswegen kann ich euer ganzes Feedback einfach noch nicht mit einbeziehen in diese Folge hier leider. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Denn heute will ich sowieso ein bisschen so zwei Sachen machen. Auch ein bisschen am Schloss weiterarbeiten, ganz klar. Und holy shit, wir haben 289.000 Charged. Das ist so krank einfach. Ich möchte hier an dieser Stelle ganz kurz mal die Festplatten rausnehmen, die ich getraftet habe. Und da sind sie schon. Und die werden jetzt immer weiter runterrücken. Das wird sehr nervig, deswegen mache ich das doch hier rüber. Aha, ich kann also keine Eins mehr ins ME-System schreiben. Okay, jetzt vielleicht. Ja, das geht. Dann holen wir uns mal den ganzen Kram hier raus. So, und zack und zack. Und jetzt kriege ich eine Nachricht, weil ich mein WhatsApp-Web nicht geschlossen habe. Ja, das kommt davon, wenn man das nicht schließt. Und da möchte ich die natürlich wieder reinballern. Ähm, wie gesagt, ich möchte hier an der Seite alles mit 1024, also mit den fetten Festplatten voll haben. Aber, meine Freunde, ich möchte heute noch ein bisschen was anderes machen. Auch mal wieder ein bisschen was Technisches, denn wir spielen ja immer noch Mod-Pack und so, ne. Ähm, das können wir craften. Oh, jetzt fehlt uns Glowstone. Uh, okay. Wir haben nur noch 132 Glowstone. Haben wir denn noch Glowstone Dust 600? Wir haben auch nicht mehr viel eigentlich, ne. Wir haben nicht mehr viel Glowstone. Aber dabei haben wir viel zu viel Charged Third Squads. Okay, Glowstone, da müssen wir noch irgendwie gucken, wie wir das herbekommen. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, craften wir einfach mal... Machen wir einfach mal... Achso, ich habe Hunger. Ich dachte gerade schon, die Spinne wäre hier irgendwie hochgekommen. Jaja, ich esse ja schon. So, sechs Balken, stell das her. Holy Crap. So, ähm, gut. Was wir dann machen, ist folgendes. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Interfaces gebaut. Und zwar, fünf Stück. Sehr gut. Dann können wir ja nochmal ganz kurz hier Molekular-Inscriber-Craften. Diese Dinger nämlich hier. Ähm, die craften wir ganz einfach so. Ich weiß nicht, wie viele ich davon noch craften kann. Eins, sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch Quarzglas. Das können wir mal ganz kurz in Auftrag geben. Quarzglas brauchen wir. Mach mal 100 Stück davon einfach. Mach mal Go. Und dann läuft das Ganze. Ähm, wir brauchen aber auch noch von den Dingern hier. Äh, Öl. Dafür brauchen wir welche Prozessoren? Ich weiß nicht mehr, welche es waren. Es waren Logic-Prozessoren. Die können wir auch nochmal eben craften. Wo sind sie denn? Hier, Logic machen wir auch nochmal. Ich hätte gerne zehn Stück davon. Start. Und dann brauchen wir wahrscheinlich für die andere Seite auch Logic-Prozessoren. Gut, dann craften wir halt nochmal zehn Stück davon. Das ist ja nicht das Problem. Wir haben ja mittlerweile genug Crafting-Prozessoren unten drin. Ähm, dann gucken wir mal ganz kurz, wie schnell das hier geht. Der ist gerade dabei. Und der produziert gerade schon. Einen haben wir schon. Dann können wir mal ganz kurz gucken, wie der Ganze hier, wie das Ganze gedünscht hier unten craftet. Diese Spinne tötet ich mal wieder. Und dann gucken wir mal. Hier wird gerade also ordentlich produziert. Das geht, doch, das geht zurück. Aber das geht übel langsam zurück ins M.E. System. Vielleicht muss ich da mal was ändern. Wir haben ja zum Glück diese Speed-Cards. Ähm, Upsula, Card. Da, genau. Die können wir einfach mal volle Kanne da reinballern. Das ist ja super egal. Wir werden sowieso noch mehr davon brauchen eigentlich. Ähm, wo ist denn der, ist das der Import was? Ja, genau. Da kann ich nämlich einfach mal bang, nur reinknallen. Und dann importiert der da auch vernünftig schnell. Wir brauchen, glaube ich, keine vier Stück. Wir ist, Optimierung heißt ja nicht nur reinknallen, sondern heißt auch gucken, was benötigt wird. Und ich glaube, hallo. Und ich glaube, äh, die Karten, die wir jetzt da drin haben, reichen aus, um das hier, äh, vernünftig zu befeuern. Da ist er auch gerade voll am Start. Sehr gut, da wird also ordentlich produziert. Hier aber auch. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich wieder hoch und, äh, uns unsere gecrafteten Dinger im besten Falle einfach mal abholen. Ähm, oh krass. Der ist sogar schon fast komplett fertig. Der muss nur noch acht Stück davon machen. Und davon, damit, die craftet er jetzt gerade. Also das ist, also tatsächlich gar kein Problem. Gut, dann craften wir uns jetzt mal die Dinger hier. Wir haben zehn Stück davon. Also, eins, zwei, drei. Bei, also können wir tatsächlich 20 Stück hiervon herstellen, ohne Probleme. Wenn der Server wieder nicht laggen würde. 14 haben wir nämlich schon. So, 14. 16, 18, 20. So, das ist also gar kein Problem. Und dann noch 20 hiervon. Das sollte ja auch kein Problem sein. Wobei mir da an dieser Stelle jetzt wieder dieser Dust fehlt. Der hier. Den können wir ja auch mal ganz kurz herstellen. Stellen wir uns mal zehn Stück davon her. Wir brauchen das, das und das. Charge to the Squads. Davon haben wir eh mehr als genug. Dann craften wir auch noch das. Das können wir uns mal ganz kurz angucken tatsächlich. Weil dafür wird jetzt, werden jetzt Sachen, entweder in den, ich glaube in den Grinder sogar reingepackt. Genau. Zack. Da wird der Fluix Dust schon hergestellt. Und das wird dann hier einfach. Oh, krass. Ah, vielleicht hatten wir noch Fluix Crystals. Und die werden einfach klein gemacht. Das kann natürlich auch sein. Haben wir jetzt schon Fluix Dust. Zehn Stück. Sehr gut. Dann sollten wir halt gleich auch noch Nummer neun. Da ist Nummer neun. Und Nummer zehn. Ich bin zufrieden. Ich möchte mir nämlich, wie gesagt, ähm, habe ich das überhaupt schon gesagt? Ich weiß es nicht. So, jetzt sollten wir 20, hab ich mir jetzt zweimal die, ne Quatsch. Ich hab die einfach schon da drin. Haha, ich erinnere mich. So, und die Dinger können wir nicht jetzt zum Molekularinscriber craften. Und mir fehlen dafür Workbenches. Aber das ist gar kein Problem. Ähm, ach Quatsch, Crafting wollte ich gerade schon reinschreiben. Wir brauchen Wood. Am besten Wood Planks. Haben wir Wood? Ich hab mega wenig Wood Planks. Dann mach ich einfach mal den hier. Ich muss auch mal daran denken, ähm, das kann ich hier mal reinschiften. Das kann ich da reinpacken. Das hier auch. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 15 hiervon eigentlich. Ähm, machen wir erstmal den. Habe ich ne Mücke im Zimmer? Entschuldigung. Das ist gerade ein bisschen off-topic. Ähm, ich weiß ja was. Wie Craften uns mal ein Stackwork, Mensch? So, dann müssen wir davon erstmal auch keine mehr craften. Und dann können wir jetzt endlich 19 Stück. Sehr gut, 15 Stück brauchen wir. Also, wer mal kurz rechnet. Ähm, hallo. Der wird merken, das reicht, meine Freunde. Ähm, hm. Leider sind das dann auch wie viel Channel? Verbrauchen die Molekularinscriber Channel? Ich glaube schon. Auch wenn sie an... Das ist echt mal eine interessante Frage. Das möchte ich jetzt gerade an dieser Stelle mal herausfinden. Ich klaue mir mal ganz kurz diese Kabel hier. Das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, ich krieg hier schon... Wer ist das denn? Ne. Äh, ich muss mal ganz kurz... Nope. So, da hat jemand gefragt, streamst du heute? Ich mach das mal weg. So, tschüss. Und dann beschäftigen wir uns weiter mit der Folge. Ähm, so. Und dann gucken wir mal hier. Ich möchte nur ganz kurz überprüfen, ob... Äh, ja genau. Und den hier können wir dann auch mal entfernen. Den müssen wir mal ganz kurz raushauen. Die Pattern hauen wir dann nachher wieder hier hin. So, und das Ding auch nochmal entfernen. Wobei wir hätten jetzt gerade auch nachgucken können, ob das ein Channel verbraucht. Aber wir machen das mal so. Ballern das da dran. Und ballern da nämlich ein Molekular-Inscriber dran. Jetzt verbrauchen wir gerade... Null Channel ist ja komplett falsch. Das kann ja schon mal gar nicht sein. Deswegen warten wir mal ganz kurz, bis der hier... Das Ding im E... Einen Channel brauchen wir jetzt. Okay. Es wird auch anscheinend nicht mehr gerade. Gut, dann schließen wir hier einfach mal noch drei Molekular-Inscriber an. Und gucken wir, ob es dann mehr wird. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dann zählt unser kleines... Ja. Einen Channel immer noch. Immer noch. Ich gehe mal ganz kurz was holen, was ich sowieso gerade... Was brauche ich überhaupt? Brauche ich überhaupt was? Ich glaube nicht. Nö. Einen Channel easy. Ähm. Doch. Ha. Ich wollte was machen. Genau. Ich wollte die Dinger nämlich umbenennen. Ähm. Genau. Die Dinger wollte ich umbenennen. Dafür gehen wir mal ganz kurz an den Amboss. Und, äh... Benennen die dann mal Stück für Stück um. Und das nennen wir... Wie haben wir die? Fast Crafts oder so habe ich die genannt. Halt einfach, damit man die irgendwie auseinanderhalten kann. Ein bisschen... Ich brauche gerade mal eine Truhe. Ähm. Da ballere ich den ganzen Kramer eben rein. So das hier und 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 das hier. So. Und dann kann ich nämlich hier das hier einfach safe hier reinknallen. So. Und dann möchte ich mal ganz kurz gucken, wie ich das genannt habe hier überhaupt. Äh. Äh. Craft 01 bis Craft... Äh. Craft 2. Und die Dinger sollen wir jetzt erstaunlich schnell craften. Deswegen nenne ich die jetzt auch hier... Ach ne. Warte. Ich nenne sie einfach Craft 03. So. Dann haben wir hier Craft 03. Und dann nennen wir den hier Craft 04. Äh. Craft 04. So. Zack. Einmal weggeschnitzelt. Und Craft 05. Wer hätte das gedacht. Ja. Wer hätte gedacht, dass ich das jetzt Craft 05 nenne. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, wie das nächste heißen wird. Richtig, Leute. Craft 07 natürlich. Ne. Quatsch. Äh. Craft 06. Schankedön. Und ich weiß, ich hätte das wahrscheinlich auch günstiger haben können und ohne Amboss, der kaputt geht. Aber das ist mir super egal. Ähm. Craft 07 wird das hier sein. Äh. Ähm. 3, 4, 5, 6, 7. Und das hier ist dann Craft 08, meine Freunde. Craft 08. Craft 08. Sehr gut. Und der Amboss ist immer noch am Leben. Das hätte ich nur wirklich nicht gedacht. Dann gehen wir mal hier runter und ballern hier. Ähm. Wir brauchen 6 Channel dafür. Eigentlich könnte man das halt auch direkt da machen. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele Channel wir noch. Ich muss daran echt was tun. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele Channel ich hier noch zur Verfügung habe. 14 Channel erst belegt. Das heißt, wir können locker die 6 da noch reinknallen. Ähm. Ich schließe die einfach mal hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ich kann die so nebeneinander bauen, oder? Das geht doch. Craft 05. 8, 7, 6. 5. 6. Naja, das hat mal wieder gut funktioniert. Ähm. 7. Äh. 7. Und 8. So. Dann habe ich die hier rein theoretisch. Ich gucke mal ganz kurz, ob die tatsächlich oben vorhanden sind, bevor ich jetzt hier irgendeinen Fehler mache. Ähm. Da kommen wir mal ganz kurz rein. Aha. Guck mal. Die sind sogar alle drin. Sehr gut. Dann können wir da gleich Crafting-Dinger reinballern. Und da ballern wir jetzt einfach nur unsere Molekular-Inscriber dran. Dann 1, 2, äh, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann hier oben nochmal drauf. Und dann haben wir hier ganz schön viele, wie ich finde, schnelle Crafting-Stations. Weil da, hier oben haben wir das so gemacht. Dieses Interface kann quasi hier auf diesen einzelnen zugreifen. Jetzt kann jedes Interface hiervon aber auf drei Molekular-Inscriber zuweisen, die wir alle nochmal komplett überpowern werden. An dieser Stelle sei das mal gesagt, ja. Ähm. Ich möchte die alle auch nochmal komplett überpowern. Das heißt, wenn wir jetzt was in diese Crafter reingeben, wird das in Sekundenschnelle wird das zu Ende gecraftet. Und deswegen möchte ich auch, ähm, die Crafter, die wir vorher hatten, so ein bisschen obsolet, also ein bisschen weg, also ersetzen durch die hier. So, obsolet machen ist, glaube ich, was anderes. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, deswegen, so, und hier, die können wir auch nochmal reinballern. Haben wir das jetzt voll. Sehr gut. Das hier ist jetzt auch voll. Dann müssen wir erstmal neue Speedkarten craften. Ähm. Und ganz kurz hochgehen. Und da haben wir nämlich hier drin mega viele Rezepte. Zum Beispiel die Rezepte von, das Rezept von der Speedkarte, die ich jetzt in Craft03 packe und mir dann erstmal neue Speedkarten erstellen lasse. Und zwar Speedkarten. Und zwar hätte ich gerne 100 Stück davon. Und dann sollst du die craften. Ich hab's sogar alles. Das heißt, er müsste jetzt nur noch craften. Wobei, die Dinger muss er ja noch craften. Aber sobald das fertig ist, sollte er da dunden die Dinger durchknallen. Bis zum geht nicht mehr. Also hier. In dem Ding rein theoretisch. Jetzt muss er aber erstmal die benutzen. Um. Boah, Alter. Blub, 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 blub. Ah ja, genau. Er braucht ja noch Fluix. Das heißt, das hier müsste er noch verschmelzen. Ich glaube. Ich glaube, wenn ich hier noch an dieses ME-Interface, ja genau, das haut er nämlich hier auch durch. Wenn ich an das Interface noch mehr Sackmills dran machen würde, wäre das Ganze hier mit den Sackmills auch nochmal deutlich schneller. Äh, das geht sogar mit Ender.io. Deswegen versuchen wir das später mal. Ich möchte jetzt erstmal hier bleiben und gucken, wie schnell hier die Karten durchgeballert werden. Können wir ganz kurz gucken. Hier wird gerade nichts hergestellt. Okay. Aber wir müssten hier drin jetzt auch, ja, hier drin sehen wir auch das Crafting-Rezept. Bleiben wir mal ganz kurz hier und geben uns dieses Spektakel, wenn es dann hoffentlich mal stattfindet. Es sollte wahrscheinlich übelst schnell gehen. Aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge er das craftet. Und ich weiß auch nicht, in welchem Prozessor sich gerade dieser Arbeitsauftrag befindet. Hier nicht. Der ist zu klein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier drin. Nö. Hier A in einem großen. Okay. Ähm. Ach, okay. Er muss erstmal die Calculation Processors craften und dafür macht er erstmal das hier zu Ende. Das geht so schnell, ey. Guckt ihr euch das mal an. Kein Problem. Er craftet das einfach mal schnell durch hier. Und, ähm. Ah, er craftet Piercer des Quads gerade noch. Okay. Sollte er auch recht flott gehen. So. Und jetzt craftet er die auch in dem, in der Chamber. Und dann macht er die. Jetzt haben wir schon eine von diesen Karten, glaube ich. Genau. Hier müsste er jetzt noch, nee. Wo ist denn das? Hier müssten jetzt, hier müssten jetzt, nee, hier. Hier unten, genau. Hier unten werden gerade die Dinger hergestellt. Und der kann die auch nicht schnell genug hier rausziehen. Das ME, der Importbus, kann die Dinger nicht schnell genug in unser ME-System importieren. Das heißt, da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal dran. Ähm. Aber dafür craften wir uns ja gerade die Karten. Und das ist das, was ich in dieser Folge Technisches machen wollte. Jetzt könnt ihr wieder aufatmen, Leute. Denn es geht zurück zur Burg. Und dafür brauche ich natürlich die Stones, die ich mir hier gerade clevererweise ins ME-System gepackt habe. Clevererweise war ich hierbei übrigens ironisch gemeint, liebe Freunde. Und, ähm, ich bin echt kurz davor den Spinnenspawner da unten. Gott. Und jedes Mal falle ich in dieses blöde Loch. Das ist doch nicht mehr normal. So. Äh, und die Straßen müssen wir übrigens auch noch zu Ende machen. Ne? Das muss auch noch zu Ende. Und habe ich schon gesagt, dass es mir live tut, dass gestern kein Livestream kam? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber wenn ja, wenn nein, dann auf jeden Fall, Leute. Es tut mir übel leid, dass ich gestern nicht gelivestreamt habe. Das war einfach, das war einfach zeitlich zu knapp. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ähm. Weil ich auch, ich kam echt spät nach Hause. Und dann habe ich nochmal Skate aufgenommen, weil der krank ist und ich es lange aufnehmen konnte. Oder nicht lange aufnehmen kann. Und dann ist es halt einfach, dann ist es halt nicht dazu gekommen, dass wir die Zeit dazu hatten. Oder dass ich die Zeit dazu hatte, live zu streamen. Es tut mir wirklich leid. Äh, ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt. Wenn ich ankündige, dass ich live streame, möchte ich halt auch live streamen. Ich möchte generell mehr live streamen. Ähm. Naja. Aber ist jetzt nochmal so passiert. Und hier möchte ich so einen Lastenkran hinbauen. Das haben wir sich auch in den Kommentaren gewünscht. Und das können wir ja mal machen. Ähm. Hier brauchen wir übrigens noch mehr Fackeln und so. Aber das kriegen wir ja schon alles hin. Jetzt möchte ich ja erstmal ganz kurz hier runter gehen. So, ins Hub. Und mir dann meine Ketten holen. Chain. Sehr gut. Die hätte ich gerne alle. Man braucht eigentlich keine Chain-Top. Das ist eigentlich super egal. Äh. Das sieht eh fast alles super gleich aus. Oh, Ferdinand ist immer noch am Leben. Ich hätte schon gedacht, der wäre ja schon längst abgekautzt. Egal. Ist das überhaupt ein Der? Habe ich einfach sein Gender assumed. Naja. Ähm. So. Und hier kann ich dann so eine Kette runter gehen lassen. So. Keine Ahnung. Finde ich macht auch schon wieder was her. So eine Kette, die da einfach runter baumelt. Finde ich ganz nice. Ähm. Ähm. Wie das aussieht. Sieht halt ganz interessant aus. Aber das war es dann halt auch schon, finde ich. Ähm. Wie baut man das denn wieder ab mit Holz am besten? Ach, ich hab ja ein Digit. Äh. Ich wollte gerade sagen, warum baue ich das denn mit der Diamantspitzsacke ab? Seit wann bin ich denn in 1994? So. Ähm. Und dann können wir das nochmal neu versuchen. Oh, ich finde das aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde, das hat irgendwie was. Mir gefällt es. Sagt mal eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Kann man vielleicht noch was anderes ausbauen. Aber mir gefällt es erstmal. Ähm. So. Was machen wir hier vorne mit? Weil den Bereich würde ich halt gerne heute schon schön und komplett designen. Erstmal brauchen wir dafür eine Ressource, die wir aktuell noch gar nicht haben. Glaube ich. Ich glaube. Ähm. Ne. Wir haben echt noch nicht eine einzige Ressource davon. Können wir das, was ich bauen will, aus Stahl bauen? Ist die Frage. Steel Shears. Ja. Geht. Geil. So. Dann möchte ich nämlich gerne. Erstmal möchte ich die hier wieder zurück in die dafür vorgesehene Truhe packen. Die Dinger würde ich gerne alle zurück in die dafür vorgesehenen, äh, Crafter packen. Und zwar, ähm, kann ich die, ja, ich kann die einfach so da reinlegen. Das ist ja gar kein Problem. Möchte ich die alle dahin packen, dass ich die hier craftbar habe. Und jetzt sollten wir auch erstmal genug haben, um, äh, all unsere Crafting Needs zu erfüllen. Guck mal, wir können alle Dinger hier reinpacken. Und wir haben immer noch mehr als genug frei. Okay, ähm, ich brauche Spruce Saplings. Spruce Saplings. Sehr geil. Und ich brauche Bone Meal am besten. Bone Meal. Einfach mal mitgenommen. Und dann können wir hier hochgehen in unser schickes Schlösslein. Und wir können generell mal ein paar mehr Bäume pflanzen eigentlich, ne? Weil Bäume machen halt auch schon alles schöner. So, ähm, hier würde ich gerne noch einen Baum haben. Bitte wachse. Die Spruce Bäume stellen sich immer mega an. Die stellen sich, das sind voll die Arschlochbäume. Kann man das sagen? Oder ist der Baum dann offensive, äh, offensed? So. Hier, äh, funktioniert es auf jeden Fall. Ja, ich finde den Baum da schön. Den lassen wir da so. Aber hier halt nicht. Ähm, hier würde ich gerne, genau. Hier würde ich gerne mit der Stahlschere dann einfach die Blätter hier abmachen. Ich habe mir jetzt eine Stahlschere gekraft, weil ich denke, die hält länger. So, also das ist jetzt meine Vermutung. Äh, wenn sie das erreicht, dann ist doch geil. So, ich kann eigentlich auf Vain-Mode stellen, ne? Genau. So. Und dann fahren wir hier so ein paar Blätter. Ähm, ich bin euch übrigens auch mega dankbar. Ich, wie gesagt, die Folge, die, in der ich gefragt habe mit Singleplayer, Let's Play und so weiter und so fort, die kam halt gestern. Und deswegen weiß ich noch nicht, was ihr darauf geantwortet habt. Ähm, also, also, ne, die kamen heute. Für mich kamen die heute. Wenn ihr das Video seht, kamen die gestern. Genau. Und ich weiß schon, was ihr darauf geantwortet habt, aber halt noch nicht alle Kommentare. So, das wollte ich sagen. Und, ähm, auch jetzt schon mal ein fettes Danke für das ganze Feedback von euch. Äh, ist mir auf jeden Fall sehr viel wert, dass ihr so viel Feedback da lasst. So, zack. Und guck mal, da haben wir auch, Alter, guck mal, wie viel schon. So. Dann können wir nämlich hier einfach ein paar Büsche hinballern. Auch an die, an die Mauer auch, ne? Wir können ja hier auch so, zack, wir können ja hier so geile Büsche an unsere, unsere, so an unsere, unser Schloss packen. So, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr nice. So, einfach ein paar Büsche, Büsche machen, Blätter machen generell immer alles besser. Ne? Das ist ja, das kennen wir ja schon. Das ist einer meiner Grundsätze. Blätter machen alles besser. Kennt man auch, wenn man meinen Kanal so ein bisschen verfolgt. Und dann weiß man eigentlich Bescheid, dass Blätter immer alles besser machen. So, hier kann man auch mal wieder so einen, so einen, so einen wirren Blätterhaufen hinsetzen. Guck, es sieht gleich viel schöner aus, oder? Es sieht viel schöner aus. Ist Fakt. Es gibt jetzt nichts, was ich mir ausdenke. Es sieht tatsächlich, das ist ein Grundsatz. So, ähm, hm. Wir haben nichts mehr von dem Holz, um das da vernünftig zu machen. Aber das ist nicht so schlimm. Gucken wir uns das Gesamtbild mal an. Das Gesamtbild ist mir jedenfalls viel zu grau. Also müssen wir dagegen auf jeden Fall was tun. Am besten mit diesen Moossteinen, die ich nochmal ganz kurz holen will. Auch wenn die Folge jetzt eigentlich schon vorbei wäre. Aber ich kann es mir einfach nicht nehmen. Ähm, warte mal, habe ich diese Cards? 107 Acceleration Cards. Okay. Dann möchte ich mal eben alles mit Acceleration Cards vollpumpen. Dann, ähm, packen wir da noch Moossteine hin. So, der ist jetzt komplett voll, ne? Der ist komplett voll. Der ist komplett voll. Der ist komplett voll. Der ist komplett voll. Dann arbeiten die auch auf maximaler Kapazität. Ich bin überlegen, noch so einen ganzen Oschi-Kram zu bauen. Ähm, einfach nur, damit das viel, viel flotter vonstatten geht alles. Ähm, hier zum Beispiel. Das ist für den Redstone-Input. Kann man auch voll hauen, ist auch egal. Und für den Output, den kommt, weißt du was? Da machen wir eine Pizza rein. Nein, Scherz. Äh, den hauen wir auch komplett voll. Und hier... Der kommt eigentlich immer hinterher. Das ist nicht, äh, das Problem. Ähm, das ist unser Sand, unsere Sand-Creation. Und hier waren wir dran, ne? Ich glaube, wir waren beim, beim vorletzten. Genau, hier hatten wir noch nicht alles drin. Und hier ebenfalls nicht. Ich möchte natürlich, dass alle meine Dinger gleich schnell sind. Deswegen knalle ich das hier nochmal ganz kurz voll. Äh, und wir müssen demnächst, äh, ein anderes Crafting-Rezept in unsere Auto-Crafting-Dings reinballern, weil ich will hier unten auch ordentlich was verändern. Seht ihr aber dann. Äh, wenn ihr, wenn ihr die Folge mit Skate gesehen habt, dann wisst ihr auch, was ich verändern will. So, das war Nummer eins. Nummer zwei war, ich wollte oben noch was machen, aber Leute, ich hab's schon wieder vergessen. Genau, Moos, Moos-Steine. Genau, 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 genau. Stone. Und zwar das perfekt. Sehr gut. Schon da. Perfekt. Dann können wir einfach hochgehen und wieder runterfallen. Immer wieder durch dieses blöde Loch. Und, warte, weißt du was? Ich mach das Loch jetzt zu. Ich mache dieses Loch jetzt zu. Halt, stopp. So. Boah, meine Nase juckt. Warum eigentlich? Immer, wenn ich aufnehme. Warum nicht vorher? Nachher? Oder irgendwann sonst. Warum muss meine Nase immer dann anfangen zu jucken, wenn ich aufnehme? Das ist seltsam. Okay. Bevor wir uns jetzt weiter über das seltsame Phänomen Klümsnase unterhalten, möchte ich gerne hier so ein bisschen den Quatsch machen. So. Und hier so ein bisschen Abwechslung reinbringen, indem ich einfach nur den hier mache und dann das hier entferne und das hier entferne, in der Hoffnung, dass ich das dann wieder hinbauen kann und es mit diesem Stein ersetzen kann. Denn das hier, meine Freunde, sieht schon viel besser aus als ohne, kann man doch mal ehrlich sagen. Und ich spiele gerade mit dem Gedanken. Ich gucke mal ganz kurz, wie sich das machen lässt und dann sagt ihr mir, ob euch das gefällt oder eher nicht so. So, sowas hier, so eine, das sieht auch geil aus, wie so ein überwachsendes, überwuchertes Schloss. Geil, meine Freunde. Geil, sage ich da nur. Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch, dass dieser Stein hier oben so rumdänzt? Das irritiert mich voll. Diese Halle finde ich jetzt schon besser als vorher und hier möchte ich noch so ein bisschen, ein bisschen, Betonung liegt auf ein bisschen, tatsächlich, ja. Aha, 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 ein paar Blätter hier, ein paar Blätter da und schon sieht mein Vorgarten ganz anders aus. Man hat einen ganz anderen Blick auf meinen Vorgarten, so. Aha, guck mal, es sieht wie ein anderes Schloss aus, meine Freunde. Und dann mache ich an dieser Stelle auch nochmal was, so, hier, vielleicht da und dann kann man hier so einen kleinen Busch hin platzieren und schon sieht das Schloss viel besser aus. Ja, also es sieht tatsächlich direkt viel, viel nicer aus. Path-Blöcke gibt es leider nicht, also wie in der, in der, in der Micro-Pherson, deswegen werde ich davon so ein paar hier verstreuen, die zum Teich gehen. Dann haben wir hier auch nochmal was Schönes und da muss noch eine Erde rein. Ich habe keine Erde gerade, schade. Aber jedenfalls, ach, ich weiß was, ich hole mir mal ganz kurz hier eine Erde, die sah sowieso blöd aus, da, wo sie war. Und dann badern wir da nochmal eben eine Erde rein. Ja, wir werden uns auch auf jeden Fall sehr viel mit solchen Details beschäftigen, einfach weil ich Bauern liebe. Und ich beschäftige mich auch gerne mit Details. So, hier soll man nicht lang gehen als Besucher. Oh, man kann die, man kann die wohl größer werden lassen, das ist mir sehr wichtig. So, man kann jetzt hier vernünftig schön reingehen. Es sieht auch, finde ich, cool aus, so ein bisschen verwildert, so ein bisschen, guck mal, das sieht gleich wie Tag und Nacht. Ein Unterschied von Tag und Nacht ist das. Und dann geht man hier so rein, dann hat man hier das Schloss. Hier könnte man auch, oh, der Server lag schon wieder so ein bisschen, ein paar dieser Steine. Ich mach mal die beiden hier. Mit Mossy Stone ersetzen. So, und hier könnte man, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das rechnerisch klappt. Ich glaube tatsächlich, hier klappt es nicht. So, auch durch Mossy Stones ersetzen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob das klappt. Dann wäre hier ein Ding und hier ein Ding. Ne, ne, wir lassen das so. Guck mal, das sieht doch schon gleich viel geiler aus. Und ich hab so das Gefühl, dass der hier auch noch zu einem Mossy Stone werden will. Das ist, es hat mich gerade so, es überkam mich, dass der auch noch, hä, wo ist denn jetzt? Da. Ähm, dass der ebenfalls zu einem Mossy Stone werden will. Dann machen wir das mal. Und tatsächlich, es sieht besser aus. Gute Idee. Das schließt auch mit dem da oben so ein bisschen an. Ähm, ja, das ist jetzt schon viel besser. Und wenn man in dieser Halle hier kommt, auch das sieht besser aus. Wir müssen dann hier irgendwie gucken, dass wir die Beleuchtung hier am Innenhof hinkriegen. Und dann beschäftigen wir uns irgendwann später hier mit, was in dieser Eingangshalle passieren soll. Weil hier muss auf jeden Fall noch viel getan werden. Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wieder 26 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Novos. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.